Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdner Handticket und heute habe ich das Spiel War Robots. Ich werde es mal starten. Ich habe mir schon meinen Account herausgesucht oder wiedergefunden, besser gesagt. Aber was heißt wiedergefunden? Der war auch mal angegeben. So, also ich habe meinen alten Account noch. Hurra. Und ja, hatte ich gerade mal anmachen. Also ich habe das gerade angemacht beim ersten Mal. Und dann können wir gleich Werbung, Werbung, Werbung. Da habe ich mir jetzt die Werbung angeschaut, habe ich gedacht, okay gut. Jetzt stoppe ich das jetzt mal mit der Werbung. Es geht noch weiter. Ich könnte das noch mit zwei Werbungen angucken. Dann würde ich das kriegen. Und anscheinend war es das dann auch. Werbung, also hier bei den Spiels sehr viel mit Werbung. Trotzdem macht mir das Spiel Spaß. Okay. Werbung, also hier bei den Spiels sehr viel mit Werbung. Jetzt versuchen wir die Werbung. Okay. Ich könnte auch nicht kratzen, irgendwie. Ich glaube ich war auch schonmal hier nur bei 1000 Küsse. Entweder mache ich die Quest oder durch eine Werbung kann ich es zu fertigen. Das wäre dann so, ich mache die Quest, also ich mache ein Spiel, dann kann ich mir eine Werbung anschauen. Für jedes Spiel, was ich gemacht habe, kann ich mir eine Werbung anschauen und natürlich eine von Anfang an. Weil die wollen ja auch, dass du das Spiel jetzt nicht nur Werbung anguckst. Auch schon mehr Werbung. Gut, was haben wir hier? Die Liga? Stimmt, ich weiß nicht, was sie in den Parken liegen sind. Ich weiß nicht, was sie hier sind. Aber da gehen wir mal nicht. Oh, 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 oh. Aber gleich. Was ist das hier? Ist ein neuer dazugekommen, aber wer von dem weiß er nicht, muss ich nachgucken. Da oben ist gerade ein Teil, was ich verbessern möchte, muss ich noch 7 Stunden und 55 Minuten warten. Mit ner Werbung kann ich das um 4 Stunden vergürzen. Gut, dann wo war die Tagessieger hier? Ich erobere ein Gebiet, 18 Jahre. Mach mal damit an. Ich weiß wieso nicht alles schaffen. Ich glaube ich mach nur die erste Quest. Wir sind zu lange dran. Kriege ich das auch mit der Lega füllen oder nicht? Super Kampf. 5 Kämpfe hab ich. So und jetzt suche ich mir als erstes ein Robot aus. Ich hab bei mir das... Wie hab ich denn was gemacht? Nahkämpfer, Fernkämpfer, Nahkämpfer, Fernkämpfer. Also, ich renne mit meinen Nahkämpfer los. 18 Flaggen waren das. Die erste schon mal hier. Eingenommen. Aber 18 Gegner haben das schon mal. Eingenommen. Die nächste Mal. Die nächste Mal. Die nächste Mal. Das ist das. Die nächste Mal. Das ist sehr schade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Ding ist zu verdoppeln, was ich da verdient habe, in den Kasten. Und hier schon wieder, das ist immer ganz wichtig, dass es für deine Spezialfähigkeit 20 Energie habe ich gekriegt. Und hier nicht. Zerstörer Verlose. Zweitens. Aussehen, waren nicht Gegner, ich war in dem Gebiet. Acht Schlachten gewinnen ist auch schon. Am Anfang, wenn du spielst, hast du die ersten drei Runden ungefähr. Eine sehr gute Gruppe mit leichten Gegnern. Und danach wird es richtig schwer. Aber soweit werden wir ja nicht spielen. Oh, hier kann ich keine Dingens einnehmen. Ich gehe trotzdem erstmal auf Nahkämpfer. Eigentlich ist der hier als Nahkämpfer nicht so gut. Obwohl, hm, ich weiß es nicht. Das ist nicht so eine hohe Rüstung. Und dann wird's nicht mehr, weil wir es nicht mehr zu machen. Da muss man sich nicht mehr zu kommen. Auch wenn es ein bisschen mehr zu tun ist. Wenn die Aufmerksamkeit dahin ist, ist das eine hohe Rüstung noch so gut. Kontrolle! Das war so. Ich glaube, man muss bei einer anderen Seite embassungsvollen Tai, Das war so viel, dass ich nicht mehr Sauber gewinnen saubern kann, Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind schon zwei Leute da oben. So steht eins zu treiben. Probieren wir mal von hinten auf zu treiben. Da strömt es gleich runter. Ich habe einen Zug, wir sind hier. Ja, das haben wir sowieso verloren. Kein Kämpfer. So steht eins zu treiben. 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 Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ach, doch. Ach, doch. Ach, das war doch. Das ist schon schön, haha. Scheiße, ich stecke nicht. Ich bin echt gleich dauernd. Ja. Aber war auch schon mal nicht schlecht. Gut aufgeholt. Nehmen wir jetzt Natascha. Mit einem anderen Fan-Kämpfer. Auch eine Art Gusto. Das hat den Fall schon passiert. Das wir eben auch manchmal so. So, wenn ich durch den Eil analysieren und physikulieren eigentlich ganz allein. Ja. Schissen da durch? Nur ein Spieler da. Ich und ein anderer. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, meine Beine sind kaputt. 4 Stück. 4 Stück. 5 Stück. 6 Stück. 7 Stück. Was ist denn versteckend? um seinen Schubschuh dringestehen, gegen unseren Schubschuh. So, aber die beiden sind auch da. Einer von mir und der andere. Nur den anderen. Jetzt ist der Fancamper. Gute Position raus. Ich glaub das gehört, ja. Ich glaub das gehört, dass nur noch einer dabei ist. So. Ich muss mal schon Shit auf. So. 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 Da sind die mich auch geschossen, oder? Da sind die mich auch geschossen Was ist das? Was ist das? Ein Waffe der Geschoss Der Team fast dauert Was ist das? Na gut Vielleicht bin ich da studiert Gut, gut Was steht da? Ok Einsetzen Da habe ich zwei Sachen bekommen Ja Ja, dann würde ich mir sagen, dass das heute Ich fühle es jetzt auch weiter spielen Aber Es ist ja immer das gleiche Außer ich habe mal Gut gespielt, mal schlecht gespielt Je nachdem gewonnen gerade Ja Okay Ich möchte das Spiel mal beenden Mit meinem Ticket davon Und ich sage Dankeschön für's Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dann mit euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao